moin leute und willkommen zum nächsten video heute habe ich mal für euch den nasdaq mitgebracht den traden ja von euch sehr viele beziehungsweise der ist so sehr beliebt was das trading angeht und deswegen gucken wir uns denn heute mal an wie man das ganze denn traden könnte wir sind hier im 5 minuten chart und ich habe das ganze jetzt mal zurück gespult das heißt wir gehen jetzt einfach mal von irgendeiner london session hier aus und ich probiere jetzt einfach mal daran meine analyse festzustellen und da erkläre ich euch dann genau wie ich was traden würde und deswegen würde ich sagen labern wir nicht großartig drumherum sondern nehmen direkt den ersten indikator und das ist bei mir einfach killzones das heißt killzones erster indikator packe ich mir rein und wir fangen jetzt erstmal an mit unserer london session das heißt für die leute die london session traden die können jetzt auf jeden fall aufpassen denn wir treten jetzt morgens so london session ist direkt bei mir hier eingezeichnet ich kann das ganze jetzt hier auch von der uhrzeit her kommt es ungefähr hin stunde noch dann ist hier markteröffnung das heißt bis jetzt haben wir schon mal den chart vom von der nacht bzw vom vortag sehen wir hier und das ist quasi unser bereich wo wir traden das heißt wir traden wirklich immer nur in diesem bereich killzones habe ich halt schon öfter drin gehabt und mehr nutze ich auch gar nicht das einzige was wir uns noch reinpacken können ist der rsi den habe ich hier schon drin also ganz normal rsi könnt ihr euch reinpacken ich lasse den ganz normal standard ob wir den gleich brauchen schauen wir mal ich glaube eher weniger weil das geht auch ohne aber wir gucken einfach mal also fangen wir jetzt direkt mal an mit der analyse beziehungsweise wir fangen an mit dem mit dem tag ich starte das ganze hier schon mal ein bisschen schneller kann es dann doch gehen sondern lasse ich das ganze hier schon mal laufen und zwar warten jetzt halt auf die markteröffnung was machen wir jetzt wir müssen uns vorher schon unsere zonen zurecht legen unsere widerstände und so weiter deswegen gucke ich mir das ganze hier einmal an und sehe einmal hier oben in dem bereich hier widerstände so eine da sind widerstände hier komplett angetestet dadurch gebrochen hier noch mal von unten angetestet das heißt das hier wäre eine gute zone was wiederum auch eine gute zone wäre ist dieser bereich hier ja ich würde sagen so weil wir hier 1 2 3 mal den bereich angetestet haben und natürlich hier unten den bereich weil es ist jetzt auch zur markteröffnung unsere zone gewesen so kann man sich das ganze einzeichnen ob ihr jetzt hier zonen nehmt oder linien ist eigentlich völlig egal erstmal so das heißt wir sehen jetzt sofort markteröffnung preis ist erstmal nach unten ausgebrochen auf was warten wir jetzt entweder wir warten jetzt auf den retest und können das ganze dann von dort aus schaden oder wir gehen wieder zurück in unseren ranging bereich hier sag ich mal und da traden wir dann in dem bereich das heißt wir gucken uns das ganze jetzt mal an das heißt wir müssen abwarten rsi hier unten oversold das heißt es vermutlich geht es auch gleich wieder hoch wenn ich mir diese kennels hier anguckt sieht es auch danach aus dass jetzt die nächsten kennels hier wieder nach oben gehen ich drücke mal wieder play da haben wir jetzt unseren retest hier in dem bereich jetzt müssen wir uns das ganze ein bisschen langsamer hier anschauen so das heißt da haben unseren retest jetzt warten wir noch auf eine schöne engulfing candle und da kam jetzt unser signal und 9 uhr markteröffnung ab da würden wir jetzt theoretisch traden das heißt jetzt erstmal finger weg die ersten minuten traden hier noch gar nichts und deswegen warten wir jetzt einmal kurz ab wie sich der preis jetzt entwickelt das hier vor war quasi nur unsere analyse das müsst ihr vor jeder session am besten einmal machen eure analyse und danach guckt ihr euch an wie der ganze markt läuft so was könntet ihr jetzt theoretisch machen sind hier komplett wieder nach oben durchgebrochen durch die zone das heißt wir haben hier unser lower low rausgenommen haben wir jetzt hier schon high high gebildet und eine neue marktstruktur hat sich hier entwickelt hat sich noch nicht also jetzt nach der kennel schon aber hier unten halt noch nicht das heißt wir können jetzt auch nicht hier einfach ein long trade eingehen das heißt wir müssen geduldig sein und dann wieder warten wir gucken uns mal die nächste kennel an die kennel sieht aus als ob die den ganzen bereich jetzt hier rejected und wieder nach unten zurückgeht würden wir das ganze jetzt hier traden ich würde es nicht tun warum würde ich es hier noch nicht tun weil wenn ihr euch das mal anschaut der bereich hier wurde schon mit dem higher high jetzt durchbrochen das heißt wir sind jetzt hier drüber da würde ich jetzt gar kein trade aufmachen höchstens dann vielleicht hier oben in diesem bereich wo wir sagen können alles klar damit nämlich ordentlich widerstände dass der bereich vielleicht noch mal angetestet wird deswegen wir warten jetzt einmal kurz ab ob das ganze auch passiert in dem fall ja das hat tatsächlich funktioniert so das heißt da war das ganze jetzt angetestet das heißt ich würde jetzt hier meine short position öffnen ja auch mitten in der zone entweder ihr macht es dort ist mir ein bisschen mehr risiko verbunden oder ihr sagt okay ich pack meinen short rate hier unten hin und sagt okay nach der kennel schon mal gutes indiz dafür wenn wir hier die struktur brechen beziehungsweise hier halt neues low bilden den widerstand hier weil momentan ist ja so drei kennel sind noch nicht seitwärts aber momentan läuft der preis ja seitwärts das heißt wir könnten sagen okay hier drunter geben in unseren trade rein und unser stop loss packen wir dann ja das da müsste jetzt ein bisschen schauen wo ihr euer stop loss hinpacken wollt weil wo ist euer tag profit das ist viel wichtiger das heißt wir schauen einmal okay unser tag profit wäre vielleicht ein double button hier unten das heißt in dem bereich wäre unser tag profit jetzt müssen natürlich gucken okay dass wir hier vom risikoverhältnis ungefähr bei zwei landen das wäre nicht verkehrt das heißt wenn wir hier über das weg gehen würden hätten wir dann auf jeden fall ein zweier verhältnis ist auch immer ein sehr gutes verhältnis ihr könnt natürlich auch mit mehr risiko dort reingehen dass ihr euer stop loss näher ran packt würde ich jetzt in dem fall nicht machen das heißt das wäre jetzt so mein plan wenn der preis nach da unten hinkommt das heißt wir warten jetzt einmal kurz ab ob das ganze auch funktioniert hat das heißt da sind wir jetzt in den trade reingekommen und das ganze verlief dann weiter schauen wir mal ob wir auch unseren tag profit erreichen und das ganze sieht sehr gut aus da hat das ganze jetzt rejected da müsst ihr jetzt aufpassen take profit nicht erreicht aber fast wenn ihr sowas seht hier wir könnten das auch auf genau auf zwei machen genau auf zwei hätte es geklappt aber sagen wir mal ihr habt jetzt wirklich ein stück tiefer und ihr seid dabei dann nehmt ruhig gewinne mit niemand ist jemals arm geworden und take profits die er mitgenommen hat also gewinne die er mitgenommen hat ihr sollt natürlich jetzt nicht direkt beim 1 zu 1 oder 0,5 zu 1 oder sonst was da gewinne rausnehmen nein nein das soll schon so richtung zwei minimum sein das heißt das hier sieht auf jeden fall schon sehr sehr gut aus da würde ich jetzt sagen ja hier unten gewinne rausnehmen falls ihr das noch nicht gemacht habt wir könnten das hier noch als retest ansehen aber sobald der preis jetzt hier noch höher geht würde ich dann komplett aus den trade rausgehen und sagen nee das ganze hier ist mir zu gefährlich dass wir hier komplett wieder oben in den bereich reinkommen das heißt das hier wäre ja quasi unser trade gewesen warum kann man sich hier nicht so sicher sein bei dem trade weil der markt hat hier gerade eben erst aufgemacht und er hat sich noch nicht wirklich für eine richtung entschieden woran erkenne ich das im endeffekt wenn ihr euch den ganzen bereich hier anschaut der es komplett noch seitwärts das heißt wir wissen momentan noch nicht in welche richtung das ganze hier ein break out machen wird das heißt wir traden hier quasi in der range ist immer ein bisschen risiko verbunden da müsst ihr ein bisschen aufpassen wir gucken uns das ganze jetzt auch mal an wo der preis denn jetzt hinging und der preis ging noch mal komplett zurück wenn ihr natürlich lange genug gewartet hättet und wird nicht einfach aus dem trade rausgesprungen ihr hättet natürlich auch sagen können okay ist mir zu risikoreich wenn wir hier oben rüber kommen könnt ihr euer stop loss auch nach unten ziehen aber davon rate ich hier rate ich wirklich ab weil mittlerweile habe ich die erfahrung gemacht dass man viel zu oft noch mal retest da oben in der zone bekommt und danach geht der preis ordentlich nach unten das heißt setzt euch euer stop loss und setzt euch euer take profit und dann lasst das ding laufen und zieht nicht euer stop loss auf break even ist meine erfahrung wenn ihr andere erfahrungen gemacht habt alles super aber meine erfahrung ist lasst das stop loss einfach da wo es ist bis euer take profit erreicht ist und gut ist nicht angst haben ohne sonst verliere ich geld nene ihr verliert noch viel mehr wenn der preis wieder zurückkommt und retest macht und dann richtig abfahrt nach unten macht deswegen so hätte der trade jetzt hier super funktioniert das heißt das hier wäre unser erster trade gewesen man hätte den vermutlich auch noch länger laufen lassen aber wenn ich sehe das ganze hat hier ein retest gemacht da in dem bereich das heißt ich wäre jetzt eher dann ja ich würde hier in dem fall sogar sagen nee das wäre eher eine chance noch neuen trade aufzumachen weil wenn ich mir das ganze anguckt sind wir jetzt hier unten in dem bereich wir können uns hier gerne auch mal eine zone einzeichnen das heißt das hier ist unser widerstandsbereich und den testen wir jetzt gerade noch mal an wir haben den hier schon einmal angetestet und das ist jetzt der zweite test der auch schon in dem bereich close das heißt wir haben hier auch gute chancen vor allem wenn man den rsi anguckt haben wir noch gut platz nach unten der preis könnte jetzt nach unten hin durchbrechen das heißt wenn wir uns das ganze jetzt hier mal anschauen wir drücken mal play gucken ob der preis dadurch geht ich würde warten genau preis ist durchgebrochen was können wir jetzt machen entweder ihr seid breakout trader und sagt jo geh da direkt in den trade rein oder ihr wartet auf euren retest in dieser zone das heißt wir schauen uns das ganze mal an ob wir ein retest dann bekommen aber bekommt halt nicht immer ein doch da wäre mein retest gewesen das hier wäre tatsächlich mein retest gewesen und da hätte man jetzt einen neuen trade aufmachen können stop loss pack ich über meine zone weil ich weiß wenn der preis da oben drüber kommt ist mein short trade sowieso unnötig gewesen das heißt also beziehungsweise heißt unnötig dann wäre der einfach die analyse falsch gewesen beziehungsweise der chart geht dann einfach in die andere richtung so ich bin aber jetzt davon ausgegangen wir sind ja jetzt gerade frisch in in dem tag drin wenn hier ein neues lower low gebildet wird was ja hier passiert ist dann ist die chance sehr hoch dass wir heute einen tag sehen werden wo der nest einfach am droppen ist so das heißt ich hätte hier jetzt meinen nächsten trade aufgemacht take profit da muss man jetzt natürlich schauen ich mache jetzt erst mal auf 2 zu 1 aber ich schaue natürlich jetzt nach links wo haben wir denn hier widerstände so da sind wir nämlich jetzt hier in diesem bereich und da müssen wir jetzt gucken okay wir haben in diesem bereich hier widerstände dann haben wir noch mal ein bisschen weiter nach links gehen hier unten da haben wir auch noch mal widerstände in dem bereich hier so das wären meine beiden zonen und im hinterkopf auch noch mal behalten hier unten ist ein week meistens geht der preis noch mal unter das week um da die ganzen orders rauszuholen die hier in long trade aufgemacht haben und ihr stop loss gerade unter dem week haben so ein bisschen liquidität und so weiter das heißt das habe ich auch noch im hinterkopf so wo sind wir denn jetzt hier wo ist unser trade wo ist unser trade da ist unser trade so dann geht das ganze weiter also weiß ich okay in dem bereich haben wir widerstände das heißt der trade ist jetzt ein bisschen risiko verbunden weil ich weiß okay in dem bereich kann das ganze wieder umdrehen ich passe mein tag profit jetzt ein bisschen an sag okay ein bisschen in der zone möchte ich noch sein das heißt vielleicht ein 1,8 so würde ich das ganze dann einfach mal laufen lassen dann gucken wir mal ob das ganze hier ein win wird da kriegen wir noch mal einen retest noch mal oben hier noch mal sogar einen besseren retest mitten in die zone rein aber manchmal kommt auch nur so eine kleine candle deswegen bin ich da vorne schon in den trade reingegangen das ist natürlich jetzt richtig richtig gut wenn ich das auch sehe dass der preis jetzt hier so nach unten geht er ist eis auch oversold ist auch ein gutes zeichen dafür dass der preis gerade ordentlich nach unten möchte mal gucken ob wir unseren tag profit hier auch erreichen in dem fall da wird es schon ein bisschen schwierig ja ja jetzt da haben wir den tag profit erreicht so das heißt das wäre auch ein 1,8 gewesen jetzt überlegt mal okay was ist wenn ich den trade einfach laufen gelassen hätte ja das gar das geht natürlich auch dann seid ihr aber keine scalper mehr dann geht ihr schon richtung day trading und sagt jo ich lasse das ding laufen weil wir lassen es mal schauen das wäre dann jetzt schon 4 zu 4 also 4,4 4,5 zu 1 trade natürlich könnt ihr das so lange laufen lassen wenn ihr wirklich dass wenn das wirklich eure strategie ist dass ihr sagt okay ich analysiere morgens den markt und lass das dann komplett den ganzen tag laufen und weiß okay heute ist short day heute nehme ich alle shorts mit die gehen alle mit alle mit nicht nur ein trade sondern ich baue halt meine trades dann auf ich öffne immer wieder neue immer wieder neue und auch wenn ihr den trade laufen habt könnt ihr ja trotzdem sagen ja das sieht sehr gut aus geht immer eine richtung ich eröffne noch ein trade weil mehr verlieren könnt ihr eigentlich nicht mehr weil ihr nehmt ja quasi die gewinne die ihr bis dahin habt und reinvestiert sie quasi in einen neuen trade das heißt selbst wenn der trade gleich in die andere richtung geht macht ihr ja kein minus weil in einem anderen trade seid ihr ja immer noch ein plus das heißt ihr habt eine gute balance einfach zwischen euren trades natürlich habt ihr dann wenn das ganze hoch läuft zu einem stop loss dann funktioniert es natürlich nicht ist logisch aber ihr wollt natürlich auch dann für die großen moves gehen und in einem großen move nehmen wir dann ganz viele kleine trades mit und bauen somit eine eine riesen position auf nur so kann es auch funktionieren dass ihr wirklich riesen positionen dann am ende des tages da komplett mitgenommen habt natürlich wenn das ganze umdreht und euer stop loss läuft dann ist es halt so aber denkt an die tage wo es dann halt mal wirklich funktioniert ob das kleine stop loss das wert ist ich würde schon sagen ja so das hier war jetzt natürlich ein beispiel ich lasse das ganze hier auch gerne nochmal weiterlaufen der preis ging nämlich hier tatsächlich noch weiter nach unten noch weiter nach unten war ein recht guter short day auch wo ich meine zonen hier dann von links geholt habe die wurden auch komplett angetestet das heißt ihr könnt das ganze mal schauen hier kamen news rein das war der tag wo die news reinkam dann zur new york session das heißt man muss immer gucken wie lange man das ganze tradet aber wenn ihr euch das hier ganz mal anguckt ich kann das auch gerne jetzt hier mal pausieren das ist schon ordentlicher move wenn ihr das wirklich den ganzen tag laufen lassen ihr müsst natürlich irgendwann auch euren exit finden ist logisch aber das wäre hier 9,6er trade also fast ein 10er trade den ihr hättet mitnehmen können an dem tag das war jetzt nur ein nesdeck tag nesdeck macht es gerne dass er morgens entscheidet in welche richtung es geht ihr müsst mal das ein bisschen beobachten vergleicht es einfach mal mit den anderen tagen und dann werdet ihr sehen manche tage macht er diese krassen moves wo ein breakout und so weiter dann schön in unsere richtung geht und wir immer wieder neue trades in die richtung aufnehmen können und es gibt andere tage wo der preis einfach nur seitwärts läuft da müssen wir dann ein bisschen gucken okay dass wir dann doch mal take profits mitnehmen und natürlich nicht immer nur neue positionen aufbauen da macht es dann wirklich sinn dass ihr auch mal im größeren time frame euch das anschaut wo sind wir denn gerade gehen wir gerade eher seitwärts allgemein mit dem markt oder ist heute wieder mal wieder ein bisschen action angesagt sind news da wenn news da sind dann sowieso finger weglassen empfehle ich keinem das zu traden das heißt da könnt ihr euch mal ein bisschen rantasten natürlich funktioniert das nicht nur in der london session die ich euch jetzt gezeigt habe in der new york session funktioniert das ganze natürlich auch falls ihr dazu auch eine analyse von mir haben wollt wie ich das ganze in der new york session eingehe also nachmittags schreibt es gerne in die kommentare ansonsten hoffe ich es hat euch gefallen lasst gerne ein abo da wenn ihr in zukunft nichts mehr verpassen wollt ein like ein kommentar ich würde mich sehr drüber freuen und wenn ihr noch keinen account gemacht habt könnt ihr gerne zu henkotrade gehen der link ist in der video beschreibung dort kriegt ihr 100% auf eure ersteinzahlung ich würde mich sehr drüber freuen und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns dann beim nächsten video bis dahin haut rein ciao ciao